Remember, nichts bleibt vergessen von Romy Terrell Das Buch Sie kann sich nicht erinnern. Nach einem Autounfall fehlen der 17-jährigen Mia drei Jahre. Als sie herausfindet, dass ihre Brüder in illegale Geschäfte verwickelt sind, gerät sie selbst in die Schusslinie der Organisation. Doch dann taucht plötzlich Ryan auf und rettet sie immer wieder aus gefährlichen Situationen. Nach und nach kommt Mias Erinnerung an grausame Ereignisse zurück. Doch wer ist Ryan wirklich? Er erinnert sich an alles, nur nicht an sie. Ryan kämpft mit den Scherben seiner Vergangenheit. Die Experimente, die an ihm durchgeführt wurden, verfolgen ihn noch immer. Bereit, seinem Leben ein Ende zu setzen, steht er hoch oben in den Bergen am Rand einer Schlucht. Kann Mia ihn retten und können sie gemeinsam einen Weg finden, die schreckliche Vergangenheit hinter sich zu lassen. Prolog Du rennst los, wenn er die Tür aufmacht, hörst du. Und du rennst, egal was passiert. Wieder will ich nickt das Mädchen. Gut, diesmal schaffen wir es. Er wird dir wieder wehtun, schluchzt sie. Der Junge zieht einen Zipfel seines verschlissenen Hemds aus dem Bund der Hose, die mehr aus Löchern als aus Stoff besteht, und trocknet liebevoll ihre Tränen, wie er es schon so oft getan hat. Das tut er auch, wenn du nicht abhaust. Das Mädchen sieht kopfschüttelnd zu ihm auf. Du bist viel stärker und schneller als ich, wagt sie an den letzten Versuch, ihn umzustimmen. Nicht damit. Er sieht zu der blutigen Wunde an seinem Bein, zieht den verrutschten, dreckigen Verband hoch und nimmt sie in den Arm. Du musst laufen, so schnell du kannst. Stell dir vor, wir machen ein Wettrennen. Du willst mich doch nicht gewinnen lassen, oder? Flüstert er ihr ins Ohr. Nein. Er legt sein Kinn auf ihrem Kopf ab und hält sie im Arm, bis sie ruhiger wird. Sie wird es schaffen. Für einen Atemzug kann er es fühlen. Freiheit. Er riecht die frische Waldluft, spürt die wärmenden Sonnenstrahlen auf seiner Haut. Dieses Gefühl lässt ihn hoffen, wenn auch nur für einen klitzekleinen Augenblick. Von draußen dringt Lärm zu ihnen, Autotüren werden zugeschlagen, Männer unterhalten sich. Erzählen von Wochenenden mit ihren Familien. Kaum zu glauben, dass diese Scheusaler eigene Kinder haben. Ob sie die auch in einem Verlies unter der Erde einsperren? Das Klicken des Zellenschlosses holt ihn zurück in die grausame Realität. Er kann kaum laufen, aber er weiß, dass dies ihre Chance ist. Die Gelegenheit, dem Monster zu entkommen. Er nimmt all seine Kraft zusammen, boxt den Mann vor ihm in den Magen, schiebt sich von ihm vorbei und tumpelt entlang der Zellen durch den endlosen Gang. Aufgebrachtes Geschrei begleitet ihn. Es sind dieselben Jungen, die ihn auch beim letzten Versuch angefeuert haben. Mit Bechern schlagen sie gegen die Gitterstäbe, jubeln, weil er ein paar Meter weiter schafft, als noch vor wenigen Tagen. Doch dann gibt sein Bein unter den Schmerzen nach. Er fällt zu Boden. Die Männer, die ihm gefolgt sind, haben ihn gleich eingeholt. Unterdessen jagt das Monster dem Mädchen hinterher. Dank des Ablenkungsmanövers meistert sie die Flucht und schafft es nach draußen. Sie ist nicht gewillt, den Jungen zurückzulassen, aber es ist ihre einzige Chance, dieser Hölle zu entkommen. Möglicherweise ihre letzte. Lauf, Mia! Lauf! Eine Faust trifft den Jungen im Gesicht, drischt auf ihn ein, bis er sich nicht mehr regt. Diesmal schaffen wir es. Er ist sich sicher. Kapitel 1 Mia Seit knapp drei Stunden stehe ich im Pub und kämpfe mich durch das Chaos, das mich umgibt. Pubkartons mit jeglichen Arten von Gläsern, Unmengen von soeben angelieferten Bierfässern, die ich kaum tragen kann und jede Menge Getränkekisten, die sich vor dem Holztresen auftürmen und so gestapelt sind, dass ich hochhüpfen muss, um einen Blick auf die dahinter hängende Wanduhr zu erhaschen. Mittlerweile ist es kurz nach neun und die Verstärkung lässt noch immer auf sich warten. Wovon ich mir meine gute Laune nicht verderben lasse, denn heute ist nicht nur Ferienbeginn, sondern auch die Eröffnungsfeier unseres Pubs, das direkt an das Ranchhaus grenzt und nach monatelangem Umbau pünktlich zum Saisonbeginn seine Pforten öffnet. So oder so ähnlich stand es vorletzten Samstag in der Anzeige der Tageszeitung. Vor mich hin, zumindest stelle ich das letzte Bierglas in das Regal hinter der Bar und bin total aufgeregt und freue mich riesig auf den Abend. Was unter anderem daran liegt, dass mein Hausarrest seit gestern beendet ist und ich die nächsten Wochen keinen weiteren bekommen werde. Zumindest nicht, weil ich in Mathe beinahe durchgefallen bin. Was mich selbst wohl am meisten geärgert hat. Denn nur mit guten Noten habe ich eine Chance, einen Platz an der École Hotelier de Lusiane in der Schweiz zu bekommen und Hospitality Management zu studieren. Zuerst hat mir der Gedanke, mehrere Jahre im Ausland zu leben, Angst gemacht. Inzwischen sehe ich diesen Auslandsaufenthalt als großes Abenteuer. Außerdem bietet mir das Studium die Möglichkeit, an den schönsten Orten der Welt zu arbeiten. Dafür habe ich mir sogar eine Liste erstellt. Ich werde mir die Nordlichter Norwegen ansehen, das Kolosseum in Rom, werde durch die Highlands in Schottland wandern, einen Roadtrip durch Island machen, die Ruinen der alten Inka-Stadt in Peru erkunden und wer weiß, vielleicht spaziere ich eines Tages über die chinesische Mauer in China. Auch wenn das meist erst nach dem Studium möglich sein wird, freue ich mich schon jetzt riesig darauf. Ich gebe zu, dass das Lernen in den letzten Monaten zu kurz gekommen ist. Dementsprechend haben die letzten Klausuren meinen Schnitt nach unten gezogen. Nicht, weil ich faul war oder keine Lust hatte, sondern weil ich zum ersten Mal mit einem Jungen zusammen bin, um meine Freizeit lieber mit ihm verbringe, anstatt fürs College zu büffeln. Die Eingangstür zum Pub fliegt auf und Mike stapft wütend durch den rustikalen Gastraum, brummt ein genervtes Morgen, wirft seine Jacke über einen Barhocker und schnappt sich zwei Bierfässer auf einmal. Morgen, antworte ich lächelnd und räume die Saftflaschen in die Kühlschubladen ein. Seine miese Laune beachte ich nicht weiter. Wir kennen uns seit Jahren, Mike ist einer meiner engsten Freunde und ich spüre sofort, wenn er schlecht gelaunt ist. Das Glückste, was man in so einem Fall machen kann, ist, zu warten, bis sich der Sturm gelegt hat. Ich bringe die restlichen Kartons in den Lagerraum und gebe ihm Zeit, sich abzureagieren. Vermutlich erzählt er mir sowieso nicht, was passiert ist. Woher seine Gemütslage kommt, kann ich mir denken. Wie auch meine beiden älteren Brüder Adam und Chris, vermeidet er es, über die Organisation und deren Einsätze zu sprechen. Zumindest mir gegenüber. Was zwangsläufig zu Streitereien führt, weil ich mich dadurch oft ausgeschlossen fühle und ich hasse es, zu streiten. Seit dem Tod unserer Eltern vor über zehn Jahren hat sich vieles geändert. An sie und die Zeit vor dem Verkehrsunfall erinnere ich mich nicht, was mich wütend, aber auch traurig macht. Ganz gleich, wie oft ich mir unsere Familienfotos ansehe oder mich frage, wie es ist, Eltern zu haben, eine Mutter und einen Vater oder wie unser Leben vor dem Unfall war. Wie mein Leben war. Die Erinnerungen kommen nicht zurück. Die Ärzte nennen das retrograde Amnesie. Das bedeutet, dass man sich nicht mehr an Geschehenes vor einem traumatischen Ereignis erinnern kann. Sie meinten, meine Amnesie würde durch den plötzlichen Verlust verursacht. Ein Schutz meines Unterbewusstseins, den ich nur durchbreche, indem ich die Erinnerung zulasse und dadurch überwinde. Nachdem wir zu Granny gezogen sind, schlossen sich meine Brüder der Organisation an. Oft werden sie spontan zu einem Auftrag gerufen und sind tagelang unterwegs, wie an diesem Wochenende. Wie lange ein Einsatz dauert, kann keiner sagen. Manchmal nur wenige Stunden, aber manchmal auch Tage oder Wochen. Mit der Zeit habe ich mich damit abgefunden, dass bei uns alles irgendwie anders läuft. Auch, dass ständig die Jungs aus Adams Team hier herumhängen, stört mich nicht, obwohl es nicht immer einfach ist, sich gegen so viele Testosteron durchzusetzen. Vor allem gegen Adam, meinem ältesten Bruder, der seit dem Unfall einen äußerst ausgeprägten Beschützerinstinkt an den Tag legt. Abgesandt von der Tatsache, dass er mich, das Küken der Familie, am liebsten im Haus einsperren würde, nur um sicher zu gehen, dass mir nichts passiert, komme ich mit seiner Macke gut zurecht. Chris sieht das glücklicherweise lockerer und vermittelt, wenn es zwischen Adam und mir kracht, was in letzter Zeit öfters vorkommt, als mir lieb ist. Meistens stört das Adam mit wem und wo ich unterwegs bin. Seiner Meinung nach sind unter meinen Freunden nicht die richtigen Leute dabei. Zumindest niemanden, der wie er, Chris oder sein Team alle möglichen Kampftechniken beherrscht. Das ist einer der Gründe, weshalb ich seit neuestem in einer meiner Brüder oder jemanden aus Adams Team mit von der Partie ist. Nicht das, was ich mir mit meinen 17 Jahren unter einem ausgelassenen Abend mit Freunden vorstelle, aber es ist immer noch besser als zu Hause zu versauern. Auch wenn ich den Wirbel, den er deswegen macht, für völlig übertrieben halte und seine Predigten, wie gefährlich es für Mädchen in meinem Alter sei und ich endlich einen der Selbstverteidigungskurse bei Mike besuchen solle, mir auf die Nerven gehen. Mike füllt zwei Gläser mit selbstgebrannten und schiebt mir eines hin. Schnaps zum Frühstück? Frag ich belustigt, winke ab und nippe an meinem Pfefferminztee, der inzwischen fast kalt ist. Der ist mir lieber, sage ich und stelle die Tasse wieder auf den breiten Tresen ab. Mike stürzt den Schnaps hinunter und greift nach dem Glas, das er mir hingestellt hat. Wie du meinst, erwidert er gleichgültig, aber lass dir sagen, ein Schnaps am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Er trinkt aus und schenkt nach. Einer vielleicht, erwidere ich griffen. Drei bringen ein anderes Problem mit sich. Wieder fliegt die Tür auf. So, so, wollt ihr nicht alles für die Eröffnungsfeier stark klar machen? ruft Lynn uns anklagend von der Tür aus zu. Mike verdreht die Augen, füllt kurzerhand ein weiteres Glas und stellt es ihr hin. Adam würde dich erwürgen, wenn er wüsste, dass du dich mit seiner kleinen Schwester am frühen Morgen betrinkst, ermahnt sie ihren. Ihr vorwurfsvoller Blick verschwindet jedoch überraschend schnell, als er das dritte Glas beicht. Erstens betrinken wir uns nicht und zweitens ist Adam nicht hier. Gibt er klugscheißerisch zurück. Lynn wendet sich an mich. Mia, er könnte jeden Moment zurückkommen und dann, und dann würde er mir wieder eine Moralpredigt halten, wie er es andauernd macht. Nicht mehr und nicht weniger. Außerdem trinke ich sowieso lieber den hier. Ich halte ihr meine Tasse unter die Nase, damit sie sich davon überzeugen kann, dass sich darin kein Alkohol befindet. Ich meine ja nur, dein Hausarrest ist gerade erst vorbei und bleib locker, Lynn. Adam ist nicht hier und Mia hat nichts getrunken, unterbricht Mike ihre Standpauke. In meinem Freundeskreis bin ich ebenfalls die Jüngste. Lynn und ich sind schon lange befreundet und das, obwohl sie das absolute Gegenteil von mir ist. Niemand sonst ist so blond und hat so blaue Augen wie sie und das meine ich nicht abwertend. Lynn ist wunderschön. Neben ihr komme ich mir oft gewöhnlich, wenn nicht sogar langweilig vor. Sie kommt aus reichem Elternhaus und achtet penibel auf ihr Äußeres. Nicht, dass mir mein Äußeres egal ist, dennoch verplemper ich meine Zeit nicht damit, stundenlang vor dem Spiegel zu stehen oder mich mehrmals am Tag umzuziehen. Denn der ständige Schönheitswettkampf unter den Mädchen am College interessiert mich genauso viel wie Politik. Überhaupt nicht. Selbst, wenn wir nicht unterschiedlicher sein könnten, verbindet uns auf verschiedene Art und Weise dasselbe Schicksal. Wir wuchsen ohne Eltern auf. Editha, Lins Mutter, verließ Lynn und ihren Vater zwei Jahre nach der Geburt grundlos und ohne jemals wieder Kontakt zu den beiden aufzunehmen. Ihr Vater war total überfordert mit der Situation und stellte kurzerhand eine Nanny ein, die sich um sie kümmerte, während er sich in seine Arbeit stürzte. Erst Jahre später bemerkte er, dass er das Wichtigste in seinem Leben vernachlässigt hatte. Seine Tochter. Mittlerweile wohnen die beiden mit einer Hausdame und einem Gärtner und einem riesigen Anwesen in den Green Hills. Zwar ist Lins Dad bis heute ein Workaholic, aber er gibt sein Bestes, um sie zwischen den Geschäftsreisen so oft wie möglich zu sehen. Nach knapp zwei Stunden stellt Lynn mit einem Blick auf ihre goldene Armbanduhr fest. Wir sollten uns fertig machen. Die Getränke sind aufgefüllt, die Deko für die Cocktails vorbereitet und die Eiswürfelmaschine läuft auf Hochtouren. Mike und ich folgen ihr ins angrenzende Wohnhaus, um uns für den Abend schick zu machen. Im Erdgeschoss befinden sich Grannys Schlafzimmer, ein Gästebad, ein Wohnzimmer, welches meist für Teambesprechungen genutzt wird und ein Esszimmer, von dem aus Mann durch die große Küche in den angrenzenden Pub gelangt. Im ersten Stock des Ranch-Hauses gibt es drei Schlaf- und zwei Gästezimmer. Chris und Adam teilen sich eines der beiden Badezimmer im hinteren Teil des Hauses. Ich hingegen habe mein eigenes kleines Reich, das mit einer Dusche, einer Toilette und einem Waschbecken ausgestattet ist. Mike verschwindet in einem der Gästezimmer, während Lynn und ich in mein Zimmer gehen. Da Lynn für gewöhnlich länger benötigt, um sich zurechtzumachen, gestatte ich ihr beim Duschen den Vortritt. Erleichtert lasse ich mich auf das Kings-Heißbett fallen und denke über die letzten Tage nach. Abgesehen von Raphael, an den ich im Moment lieber nicht denken möchte, Adams Anpfiff um meine eigene Enttäuschung wegen der schlechten Mathe-Note, bin ich traurig, weil Adam und Chris heute nicht dabei sein können. Lynn kommt in ein weißes Badetuch gewickelt aus dem Bad, durchwühlt meinen Kleiderschrank und verteilt etliche Kleidungsstücke kreuz und quer auf dem Bett, während ich duschen gehe. Minuten später stehe ich in hellblauen Shorts, einem olivgrünen Tanktop mit dezenter Spitze am Ausschnitt und weißen Sneakers vor dem Spiegel. Lynn, die sich gefühlt 20 Mal umgezogen hat, entscheidet sich für das weiße Kleid mit den roten Punkten und schlichte weiße Ballerinas, die sie aus den Tiefen ihrer riesigen Reisetasche hervorholt. Abermals marschiert sie ins Badezimmer, um ihren geflochtenen Zopf im Spiegel zu begutachten. Im Gegensatz zu mir hat sie ein Talent für hinreißende Flecht- und Hochsteckfrisur. Ich hingegen halte es eher einfach schnell und unkompliziert. Meidens trage ich meine bis zur Rückenmitte reichend dunklen Haare offen oder knote sie locker zusammen. Stundenlang vor dem Spiegel zu stehen, ist nicht mein Ding. Während Lynn Lipgloss aufträgt, ziehe ich meinen schwarzen Kajal nach und tusche die Wimpern. Wie mit den Haaren halte ich es gleichermaßen mit dem Make-up, schlicht und natürlich, um es positiv auszudrücken. Damit hebe ich mich stark von den Mädchen in meinem Alter ab, die aussehen, als wären sie in einen Farbtopf gefallen. Mädels, es wird Zeit, brummt Mike, der ungeduldig an der Zimmertür lehnt. Ich würde gerne vor unseren Gästen unten sein. Fertig, rufen wir wie aus einem Mund. Schnell stecke ich noch den gefälschten Ausweis ein, den meine Brüder mir für den Fall besorgt haben, dass ich kontrolliert werde. Laut herumalbernd folgen wir Mike schließlich nach unten.